In der ersten Woche haben wir uns mit der Geschwindigkeit und ihrer Änderung beschäftigt. Geschwindigkeiten werden in der Physik als Pfeil dargestellt. Einen solchen Pfeil nennt man auch einen Vektor. Im Alltag gibt es manchmal mehrere Bewegungen, die sich überlagern. Zum Beispiel fahren bei Seitenwind oder wenn man mit einem Ruderboot einen Fluss überqueren möchte. Um diese Bewegungen erklären zu können, müssen wir die Geschwindigkeiten addieren. Da es hier auch auf die Richtung ankommt, lernen wir in diesem Video, wie man Vektoren addieren kann. Das möchte nun unser Felix machen. Felix möchte mit seinem Ruderboot einen Fluss überqueren. Er startet am linken Ufer und rudert mit einer Geschwindigkeit VA von 2 m pro Sekunde. Gleichzeitig wird Felix mit seinem Ruderboot von der Strömung des Flusses abgetrieben. Das Boot erhält dadurch eine Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses beträgt 1 m pro Sekunde. In einer Sekunde kommt Felix daher 2 m weit, wird aber gleichzeitig 1 m flussabwärts abgetrieben. In Wirklichkeit legt er daher pro Sekunde folgende Strecke zurück. Durch die Strömung des Flusses ändern sich sowohl das Tempo als auch die Bewegungsrichtung. Es ändert sich also die Geschwindigkeit des Ruderboots. Wir haben hier zwei Geschwindigkeitsvektoren addiert und damit den Vektor der Endgeschwindigkeit oder resultierenden Geschwindigkeit erhalten. Um zwei beliebige Vektoren A und B zu addieren, müssen wir einen der Vektoren verschieben und seinen Schaft an die Spitze des anderen Vektors hängen. Der Vektor vom Anfangspunkt des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors ergibt die Vektorsumme A plus B. Versuchen wir es gleich noch einmal. Wir hängen den Schaft von Vektor B an die Spitze von Vektor A und können so den Summenvektor ermitteln. Die Vektoraddition funktioniert natürlich genauso, wenn die beiden Vektoren entgegengesetzte Richtungen haben oder beide Vektoren dieselbe Richtung haben. Vektoren können auch subtrahiert werden. Kennt man einen der beiden Vektoren A oder B und den Summenvektor A plus B, so kann man dadurch den fehlenden Vektor konstruieren. Dazu verbindet man den Schaft der beiden bekannten Vektoren. Anschließend verbindet man die Spitze von Vektor A mit der Spitze des Summenvektors und erhält Vektor B. Die Subtraktion funktioniert genauso, wenn Vektor B gegeben ist. Kommen wir wieder zurück zum Boot. Kennt man die Endgeschwindigkeit des Bootes und die Rudergeschwindigkeit von Felix, so kann man die Zusatzgeschwindigkeit ermitteln, die das Boot durch die Strömung erhält. Zum einen Defend